Im Rahmen der Berlinale 2016 lud die ARD zur Blue Hour ins Museum für Kommunikation. Auf dem Teppich posierten zahlreiche Stars. Besonderer Hingucker, Wolke Hegenbart. Sie brachte erstmals ihren neuen Freund mit. Er heißt Oliver, aber plaudern wollte Wolke an diesem Abend noch nicht über ihn. Viel gesprächiger zeigte sich ein Ex-Paar, Sven Martinek und Xenia Seeberg. Harmonie trotz Trennung? Ja, es ist auf jeden Fall tiefe Freundschaft. Natürlich fühlen wir uns sowieso durch unseren Sohn tief verbunden, aber es ist nicht alles. Sven gehört einfach zu meinem Leben dazu und ich glaube auch in seins, auch wenn wir eben nicht mehr als Partner zusammen sind. Bei so viel Harmonie unter Schauspielern freuen wir uns auf viele gute Filme.